Newsletter vom Naturtheater Renningen. Nummer 7, 2024. Bekanntgaben. Liebe Zuschauer, Mitglieder, Mitwirkende und Freunde des Naturtheaters Renningen. Wir freuen uns, Sie heute über den morgigen Start des Kartenverkaufs für die Spielzeit 2025 zu informieren, deren Vorbereitungen bereits begonnen haben. Start des Kartenvorverkaufs. Wie bereits angekündigt, werden wir im nächsten Jahr im Familienstück Alice im Wunderland inszenieren, sowie im Abendstück der schwarze Abt. Der Online-Kartenvorverkauf hierfür startet am 1. November, sodass Sie schon jetzt die Möglichkeit haben, sich bequem von zu Hause aus Karten für eine Vorstellung Ihrer Wahl bzw. Ihre Lieblingssitzplätze zu sichern. Zum Online-Kartenvorverkauf gelangen Sie auf unserer Homepage bzw. mit Klick auf den folgenden Link. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Wer in irgendeiner Weise Schwierigkeiten mit dem Online-Verkauf haben sollte, darf auch gerne auf den Anrufbeantworter unseres erst ab dem 1. Juni besetzten Kartentelefons sprechen. Wir kümmern uns anschließend persönlich um die Buchung von Karten, die dann per Überweisung bezahlt werden können. Das Kartentelefon erreichen Sie unter 07159 4979 630 ab dem 1. Juni. Für Schulen und Kindergärten ist der Kartenkauf, da wir hier Sonderpreise haben, nur per E-Mail möglich. Auch für größere private Anfragen, Karten für Gruppen ab 10 Personen, bitten wir um eine E-Mail. Schreiben Sie hierzu bitte an karten.naturtheater-renningen.de Im nun folgenden Journal dieses Newsletters können Sie mehr über unsere nächstjährigen Stücke und die Autoren der Ihnen zugrunde liegenden Originalerzählungen erfahren. Außerdem werfen wir nochmal einen Blick zurück auf die diesjährige Saison. Ein Schauspieler aus dem Frankenstein-Ausaube gibt Einblick hinter die Kulissen und liefert Ihnen damit interessante Hintergrundinformationen. Solke finden sich auch in unserem wieder traditionell enthaltenen Schauspieler-Steckbrief, den diesmal eine Schauspielerin aus dem Peter-Pahn-Ensemble für Sie ausgefüllt hat. Wir wünschen viel Freude beim Lesen. Ihr Naturtheater Renningen Familienstück 2025 Alice im Wunderland Fürs Familienstück im nächsten Jahr haben wir uns einen ganz besonderen Stoff vorgenommen, Alice im Wunderland, einen Klassiker der Weltliteratur. Unsere Regisseurin und Theaterpädagogin Christine Binder wird dieses Abenteuer um die junge Alice, die es in ein skurriles Wunderland verschlägt, nicht nur inszenieren, sondern auch selbst schreiben, sodass wir uns auf eine Uraufführung freuen dürfen. Diese wird unsere Zuschauer in eine magische Wunderwelt entführen, in der fast alles möglich scheint. Dort leben aberwitzige Wesen und seltsame Fabeltiere wie der verrückte Hutmacher, die grinsende Katze oder die sprechenden Spielkarten samt ihrer Königin. Die Geschichte basiert auf dem Roman von Lewis Carroll, der seit seiner Veröffentlichung vor fast 160 Jahren stetig wachsenden und internationalen Erfolg verzeichnete. Virginia Wool schrieb einst, dass Carroll als einziger Fähig gewesen sei, die Welt der Kindheit wieder zu betreten und es Erwachsenen ermöglicht habe, durch Alice im Wunderland wieder zu Kindern zu werden. Somit ist der Roman nicht nur als Kinderbuch zu sehen, sondern kann mit dem biografischen Hintergrund des Autors auch als Aufzeichnungen des Unterbewusstseins und von Träumen angesehen werden. Die unterschiedlichen Dimensionen, der Nonsens, die Rätsel, die Identitätskrise sowie das Verhältnis von Wirklichkeit und Fantasie haben seit Erscheinen des Buches eine Fülle von Interpretationen ausgelöst. Christine Binder kündigt an, wir werden Alice im Wunderland farbenfroh, humorvoll und abwechslungsreich auf die Bühne bringen, um Kinder und Erwachsene gleichermaßen für diese zeitlose Geschichte zu begeistern. Zum Autor. Der britische Schriftsteller Louis Carroll wurde 1832 als Charles Ludwig Dodson geboren. Er war das älteste von elf Geschwistern und unterhielt seine Brüder und Schwestern immer wieder mit selbst erfundenen Geschichten und Gedichten, Spielen- und Puppentheater. Schon damals waren sein abstrakter Humor sowie seine geistreichen Paradoxen und unsinnigen Einfälle zu erkennen, also das, was ihn später berühmt gemacht hat. Außerdem zeichneten ihn ein großes mathematisches Talent und eine riesige Wissbegier aus, die ihn nie verließ. Seine Schullaufbahn schloss er mit sehr gutem Erfolg ab und studierte anschließend Mathematik, Theologie und klassische Literatur. Sein Stottern und seine Menschenscheu hielten ihn davon ab, Priester zu werden und er blieb als Lehrender an der Universität und ließ sich außerdem zum Diakon weihen. Doch weder in die Rolle des Dozenten noch in die Rolle des Diakons konnte er sich jemals einfinden und er verzeichnete keine Erfolge. Schon 1845 hatte er jedoch auch angefangen, Erzählungen und Gedichte zu veröffentlichen und als Erwachsener verwendete er für seine nicht-akademischen Werke schließlich einen Künstlernamen, denn er wollte seine beiden Identitäten streng getrennt wissen. Er war ein sehr schüchterner Mann und nur wenn er mit Kindern zusammen war, fühlte er sich wohl, verlor sein Stottern und tauchte in seine eigene fantastische Welt ein, die für ihn viel realer war als die eigentliche Wirklichkeit. Mit dem 1865 erschienenen Alice in Wonderland schuf er schließlich eines der berühmtesten Kinderbücher der Welt. 1898 starb Louis Carol im Alter von 66 Jahren. Abendstück 2025 Der Schwarze Abt Fürs Abendstück im nächsten Jahr haben wir uns nach Frankenstein bewusst einen heitereren Stoff ausgesucht beziehungsweise nach längerer Zeit mal wieder eine Krimi-Komödie, bei der sich unsere Zuschauer auf viele lustige und kuriose Figuren freuen dürfen. Unser Regisseur Jürgen von Bilot wird das Stück Der Schwarze Abt in einer Fassung von Bernd Spähling inszenieren, welche auf einem 1926 erschienenen Roman des berühmten englischen Striftstellers, Drehbuchautors und Regisseurs Edgar Wallace beruht. Wir werden unsere Zuschauer auf ein altes Schloss mitnehmen, wo ein Goldschatz versteckt sein soll, wo ein geheimnisvoller Schwarzer Abt sein Unwesen treiben soll und wo schließlich ein Mord geschieht. Zwei Reiseleiterinnen aus der Gegenwart werden dabei durch das damalige Geschehen führen, um die Geschehnisse verständlicher zu machen. Freuen Sie sich auf eine spektakuläre Inszenierung nach einer der Geschichten des berühmtesten englischsprachigen Striftstellers des Kriminalgenres, die in fast 50 Sprachen übersetzt und hundertmillionenfach verkauft wurden und dabei von einem Grusel-Effekt als Spannungsspringer gekennzeichnet sind. Zum Autor Edgar Wallace wurde 1875 mit dem Namen Richard Horatio als unehelicher Sohn eines Schauspielers in London geboren. Er wurde dann von einem Lastträger adoptiert, wuchs in armen Verhältnissen auf und blieb ohne Schulabschluss. Über Wasser hielt er sich zunächst mit Gelegenheitsjobs als Milchhändler, Maurergehilfe oder Zeitungsverkäufer. Dann jedoch begann er, kleine Berichte für die Zeitung zu schreiben und arbeitete sich schließlich bis zum Chefredakteur hoch. Als freier Schriftsteller schrieb er Sachbücher, Gedichte und Theaterstücke und begann irgendwann auch, Kriminalgeschichten zu verfassen. Sein besonders hiermit verbundenes Talent sollte ihn später weltberühmt machen. Er gründete einen eigenen Verlag, um einen Kriminalroman zu veröffentlichen und verkaufte später auch die Rechte seiner Romane an Filmproduktionen, um zu mehr Geld zu kommen. Immer mehr Bücher von Wallace dienten somit auch als Filmvorlage, irgendwann so viele, dass er zu den weltweit meistverfilmten Autoren aufstieg. Fast 170 seiner unzähligen Werke wurden verfilmt und bei über 25 Produktionen führte er sogar selbst Regie. Auch in Deutschland bildete sich nicht nur eine riesige Fangemeinde aus Lesern, sondern gerade auch die Verfilmungen seiner Kriminalerzählungen entwickelten sich zur erfolgreichsten und längsten deutschen Tonfilmserie. Wallace selbst hielt sich am Ende in Hollywood auf, um Drehbücher zu schreiben, wo er im Jahr 1932 dann auch mit 56 Jahren starb. Einblick hinter die Kulissen des Abendstücks. Sven Deuring hat dieses Jahr bei Frankenstein die Titelfigur an ihrem Lebensabend verkörpert. Da unsere Zuschauer den Tag der Aufführung mit seinen Abläufen immer nur aus ihrer eigenen Perspektive erleben, legt Sven Deuring im folgenden Bericht einmal für die Leser des Newsletters dar, wie ein Aufführungstag für ihn als Schauspieler abläuft. Dabei beschreibt er nicht nur detailliert, was vor der Aufführung noch alles ansteht, sondern beschreibt auch die Zeit während der Aufführung bei welcher der Schauspieler aufgrund der verschiedenen Zeitebenen im Stück ja immer nur zeitweise als alter Victor Frankenstein auf der Bühne bzw. auf dem Schiff zu sehen war. Ich komme drei Stunden vor Vorstellungsbeginn ins Naturtheater. Zuerst trage ich mit den anderen Schauspielern und Statisten die Requisiten aus dem Schuppen und vom Keller auf die Bühne oder, wenn diese erst später benötigt werden, an den Kulissendurchgang. Beim Abendstück waren als Requisiten dieses Jahr Klapptische, Klappstühle, Sitzbänke, Friedhofkreuze, Grabsteine, Sessel, Garderobenständer, Picknickkörbe mit Geschirr und Picknickdecken, ein Stein, der gesprengt wurde, der Fels, von dem sich Henry bzw. Julian stürzte und zwei Matratzen im Einsatz. Danach geht es weiter mit den fünf Häuserfassaden, die vor die Schaukel und die Rutsche Anmerkung der Redaktion, diese beiden Bühnenelemente würden nur für das Familienstück Peter Pan benötigt als Sichtschutz gestellt werden. Dann werden noch mit dem Akkuschrauber die Eishollen an das Schiff geschraubt. Parallel dazu werden für die Garderobe der Statisten hinter dem Vereinsheim zwei Pavillons aufgebaut. In diesen ziehen sich die ca. 10 des 20 Statisten während der Vorstellung um. Danach werden die Garderobenständer mit den Kostümen von allen Statisten aus dem Vereinsheim geholt und unter die Pavillons gestellt. Nun wird das Schiff vorbereitet. Blätter und heruntergefallene Äste werden weggekehrt und ich stelle meine Holzkiste, auf der ich während der Vorstellung sitze, an den richtigen Platz. Von den anderen Schauspielern und Statisten wird in Zuschauerraum Müll eingesammelt, die Sitzbänke abgetrocknet und die Treppen gekehrt. Wenn diese Tätigkeiten erledigt sind, stelle ich mich in der Schlange an für die Maske. Hier hat man Zeit, die anderen Schauspieler besser kennenzulernen und sich miteinander auszutauschen. Nun ist es ca. 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn. Im Untergeschoss des Vereinsheims schminken vier Damen alle Schauspieler und Statisten. Ich werde alt und krank geschminkt. Da ich mit dem Schiff im Polarmeer bei minus 25 Grad unterwegs bin, werden zusätzlich die Lippen weiß geschminkt, um die Kälte zu zeigen. In der Zeit, in der ich in der Maske bin, werden von meinen Mitspielern Johannes und Jannis die Helfergutscheine verteilt. Jeder Helfer und Schauspieler bekommt bei jeder Vorstellung zwei Helfergutscheine. Diese können an dem Abend oder auch bei einer anderen Vorstellung in der Wirtschaft eingelöst werden, gegen etwas zum Essen, Trinken, Eis oder Süßis. Da wir Schauspieler und Statisten nur bis eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in die Wirtschaft dürfen, sind wir meistens nach dem Schminken dort, um gemeinsam zusammenzusitzen und uns für die Vorstellung zu stärken. Danach sitzen wir vor dem Vereinsheim zusammen und schwätzen miteinander oder spielen gemeinsam Karten. Ca. 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn gehe ich ins Untergeschoss vom Vereinsheim in den Umkleideraum und ziehe mein Kostüm für die Vorstellung an. Da ich auf dem Schiff sehr warm eingepackt bin, ziehe ich nur Hose, T-Shirt, Halstuch und Schuhe an. Die Fellmütze, Handschuhe und den warmen Mantel ziehe ich erst vor dem Betreten der Bühne an. 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn treffen sich alle Schauspieler und Statisten und ein Teil der Techniker vor dem Vereinsheim zum gemeinsamen Kreis. Es werden organisatorische Sachen eingesprochen, wer fehlt heute und wer übernimmt die Rolle, Infos von den Technikern zu den Mikros oder Spezialeffekten, Rückmeldungen aus Instagram und Facebook zur letzten Vorstellung, wie viele Karten wurden verkauft, Ausblick auf die nächste Vorstellung und so weiter. Es folgt nun ein Spiel zur Konzentration, Flüsterpost, Händedruck oder Hannes. Zum Abschluss des Kreises wird aus der Mitte Energie gesammelt und weitergegeben an die Zuschauer, die Technik und an uns Schauspieler und Statisten. Zirka zehn Minuten vor Vorstellungsbeginn erfolgt das erste Gewitter als Klingezeichen, damit sich die Zuschauer auf die Plätze begeben. Ich schaue nochmal ins Textheft, um zu wissen, nach welchem Satz meiner Schauspielerkollegin ich meinen Satz sage oder welche Handlung von mir dran ist. Zirka fünf Minuten vor Vorstellungsbeginn erfolgt das zweite Gewitter. Ich ziehe meinen Mantel und die Handschuhe an und die Fellmütze auf und prüfe im Spiegel, ob alles an der richtigen Stelle sitzt und das rote Heißtuch gut zu sehen ist. Wenn alles passt, gehe ich zum Schiff. Dort wartet schon die Schiffsbesatzung. Nach der Durchsage mit den Infos für die Zuschauer und dem dritten Gewitter gehe ich die Treppe zum Schiff hinauf und die Vorstellung beginnt. Nach der Anfangsszene bleibe ich hinter dem Schiff stehen und schaue zusammen mit den anderen von der Seite der nächsten Szene zu. Es ist immer spannend zu sehen, ob der Drache sich bewegt und beim Gewitter vom Himmel fällt und ob der Blitzeinschlag den Stein sprengt. Nach meiner zweiten Szene ziehe ich mich um, da ich in der sogenannten Picknick-Szene als Statist mitspiele. Zwischen den Szenen schaue ich gerne von der Seite auf die Bühne den anderen Schauspielern und Statisten zu, helfe mit beim Aufräumen der Requisiten oder unterhalte mich am Vereinsheim mit den anderen. Nach der Vorstellung ziehe ich mich zuerst um und helfe danach mit beim Wegräumen der Requisiten und der Pabillons. Nach ca. einer Stunde nach Vorstellungsende sind wir dann mit allem fertig und müde und gehen glücklich und zufrieden nach Hause. Noch mehr Einblicke auf unseren anderen Kanälen. Wir führen auf unserer Homepage einen Blog und haben außerdem einen eigenen YouTube-Kanal. Auch dort können Sie immer wieder Einblicke in unserem Naturtheater erhalten. Wer Sven Dörings Einblick hinter die Kulissen des Abendstücks interessant fand und sich zusätzlich auch noch in Videoform einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie es bei Frankenstein hinter der Bühne zuging und aussah, kann sich auf unserem YouTube-Kanal das folgende Video ansehen, in dem unter anderem beispielsweise auch gezeigt wird, wie Henrys Selbstmord bzw. der Sprung unseres Darstellers Julian Eise denn eigentlich von hinten aussah. Den Link zum Video finden Sie in der Videobeschreibung. Und natürlich gibt es auch zu unserem Familienstück Peter Pan ein entsprechendes Video. In diesem können Sie unter anderem beispielsweise sehen, wie die Titelfigur bzw. deren Darsteller Benjamin Reinicke von mehreren anderen Darstellern, die gerade nicht auf der Bühne sein mussten, zum Fliegen gebracht wurde. Den Link finden Sie ebenfalls in der Videobeschreibung. Auf dem Blog unserer Homepage finden Sie nicht nur zur jeweils aktuellen Spielzeit regelmäßig Berichte, sondern auch in den Monaten dazwischen, wo im Natotheater ebenfalls viel hinter den Kulissen passiert. So mussten nach dem Ende der diesjährigen Spielzeit beispielsweise wie jedes Jahr der Zuschauerraum und die Kulissen abgebaut und winterfest gemacht werden. Luise Kaufmann hat hierzu einen Bericht geschrieben, dem auch Fotos beigefügt sind. Der Herbst ist da. Sitzbänkeabbau. Mit dem Beenden einer erfolgreichen Theatersaison und dem Hereinbrechen des herbstlichen Wetters steht ein neuer Punkt auf der To-Do-Liste des Naturtheaters Renningen, das Abbauen der Sitzbänke. Und so trafen sich am vergangenen Samstag rund 40 Helfer um. Den vollständigen Artikel können Sie auf unserem Blog lesen, den Link finden Sie ebenfalls in der Videobeschreibung. Es lohnt sich regelmäßig auf unserem Blog vorbeizuschauen, wo auch viele andere Berichte mit Fotos auf Sie warten. Schauspielersteckbrief. Name Viktoria Ilk Meine letzte Rolle bzw. Inszenierung Glöckchen in Peter Pan 2024 Meine erste Rolle bzw. Inszenierung Dorfmädchen, Huhn, Büffel, Affe in Das Dschungelbuch 2018 Anzahl der Inszenierungen, in denen ich mitgespielt habe, 6 Meine bisherige Lieblingsinszenierung Peter Pan 2024 Meine bisherige Lieblingsrolle Glöckchen in Peter Pan 2024 Meine bisher schwierigste Rolle Jige Caprizio in Tischlein decktig 2021 Das macht mir auf der Bühne am meisten Spaß. Für mich ist es wahrscheinlich einfach das Spielen selbst. Alles, was einen normalerweise beschäftigt, hat dann keine Bedeutung mehr und alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Ich finde, dadurch kann man mal so richtig loslassen und sich einmal in das Leben einer anderen Persönlichkeit hineinversetzen. Außerdem kann man sich kreativ wirklich ausleben und immer wieder Neues probieren, um sich weiter zu verbessern, egal ob bei den Proben oder der Deniere, da jede Vorstellung anders ist. Das fällt mir auf der Bühne am schwersten. Manchmal fällt es mir schwer, bei der Sache zu bleiben und nicht auf Autopilot zu schalten, wenn wir spielen. Weil wir die einzelnen Szenen ja schon monatelang vor der Premiere proben, fällt man relativ leicht in eine Art Routine, was einerseits ja gut ist, weil man dann nicht so schnell seinen Text vergisst oder andere Fehler macht. Andererseits kann man sich dann nicht wirklich weiterentwickeln oder seine Rolle weiter verfeinern. Mein bisheriges Lieblingskostüm, entweder das von Glöckchen in Peter Pan dieses Jahr oder das der Ziege in Tischer Entdeckte aus dem Jahr 2021. Ich finde, die besten Kostüme sind die, die einem helfen, sich so richtig in die Rolle hineinzuversetzen. Auch wenn beide Kostüme ihre Unannehmlichkeiten mit sich brachten, bei der Ziege der aufgeklebte Bart, welche mir auf der Bühne vom Kinn gerissen wurde, und die Lederhandschuhe, die meine Hände für mehrere Tage gefärbt haben, bei Glöckchen die angeklebten Elfenohren und die Glöckchen an den Handgelenken, die allen in einem 55 Meter Umkreis direkt verraten haben, was ich gerade tue, halfen sie mir enorm, mich in die Rolle einzufinden und waren einigermaßen bequem. Mein bisher schlimmstes Kostüm, das von Ginny in Aladin und die Wunderlampe 2022. Es war nicht wirklich bequem und bestand ursprünglich noch aus einem eingenähten Sixpack, welches dann aber nicht so stylisch aussah, weswegen wir später auf dem Rücken getragen haben. Dadurch war es immer viel zu warm und entsprechend schwitzig. Dazu musste ich mir blaues Haarwachs in die Haare schmieren, welches den Haaren die unangenehme Konsistenz von nicht ganz fertigem Spaghetti verlieh. So oder hier lerne ich meinen Text. Meistens lerne ich den Großteil des Textes während der Proben, da wir ihn dort zwangsweise immer wieder durchgehen. Wenn ich längere oder schwierige Textpassagen lernen muss, sage ich ihn einfach immer wieder vor mich hin oder versuche mir zumindest seinen Inhalt zu merken, da es wichtiger ist, ihn sinngemäß wiedergeben zu können, als ihn Wort für Wort zu beherrschen. Dieses Jahr als Glöckchen war es natürlich sehr, 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 sehr schwer, den ganzen Text zu lernen, aber mit viel Arbeit kann man alles schaffen, Kinder. Mein witzigstes Erlebnis während einer Probe? Natürlich gibt es jedes Jahr immer viele neue atemberaubende Momente, jedoch sticht für mich ein Diesjähriger heraus. An einem sehr regnerischen Tag haben wir die Szene geprobt, bei der Peter Pan und die Geschwister bei den verlorenen Kindern ankommen. Offensichtlich haben wir den Better getrotzt und wie sonst draußen geprobt, nur die haben kaum den Garten, und als Benjamin Anerkund der Redaktion, Darsteller des Peter Pan, voller Elan und die Kurve biegen wollte, ist er leider Gottes fett ausgerutscht und mit dem Gesicht im Matsch gelandet. Seine komplette vordere Körperhälfte war nun im perfekten Kamouflage mit der Pfütze. So fühle ich mich vor einer Premiere. Das hängt immer so ein bisschen von meiner Rolle ab, beziehungsweise wie viel ich auf der Bühne bin und wie viel Kreativität ich reinstecken konnte und wie verbunden ich mich mit der Rolle fühle. Eigentlich bin ich immer ziemlich aufgeregt und freue mich darauf, endlich vor richtigem Publikum zu spielen. Diese starke Aufregung verschwindet aber immer, sobald ich zum ersten Mal auf die Bühne kann. So fühle ich mich am Ende einer Spielzeit. Ich finde die Diniere immer sehr traurig, weil man so viel Zeit und Mühe in das Stück gesteckt und natürlich eine sehr starke Bindung zum Ensemble aufgebaut hat. Daher fällt es mir immer ziemlich schwer, loszulassen und dadurch wird die Diniere immer zu einem sehr emotionalen Abend. Ich finde, man vergisst aber meistens, dass es ja sehr bald wieder mit verschiedenen Aktionen wie dem Schauspielkurs, dem Laubfegen und so weiter weitergeht, wodurch man die Leute sehr bald schon wieder sehen kann. Mein bisher peinlichster Moment auf der Bühne? Letztes Jahr bin ich bei einer Aufführung sehr stark ausgerutscht und fast sehr dramatisch auf mein Gesicht gefallen, konnte mich aber im letzten Moment noch fangen. Trotzdem musste ich leider etwas lachen und habe eventuell auch unangebrachte Geräusche von mir gegeben, als ich von der Rutschigkeit des Holzes überrascht wurde. Mein denkwürdigstes Wettererlebnis auf der Bühne? Eigentlich die ganze Spielsaison 2021, da es fast immer in Strömen geregnet hat, sodass sich schon kleine Bäche auf und hinter der Bühne geformt haben. Dazu kam, dass wir wegen Corona nicht ins Vereinsheim konnten und den Regen deswegen unter semi-dichten Pavillons aussitzen mussten. Weiter war es auch dieses Jahr immer wieder schön, wenn es bei der Szene in der Glöckchen kurz jirkt, geregnet hat und ich dann ganz sanft und freundlich in die Pfützen gelegt wurde. Mein schönstes Erlebnis mit Zuschauern? Es gibt immer, eigentlich jedes Jahr, ein paar Kinder, für die man die Lieblingsrolle darstellt und wie sehr sie sich dann darüber freuen, eine Unterschrift zu bekommen bzw. wie aufgeregt sie dann sind, mit einem zu reden, ist immer sehr herzergreifend. Dieses Jahr war es auch immer lustig, von allen Seiten Kinder zu hören, die Glöckchens Elfensprache übernehmen und so ihre Eltern nerven. Tatsächlich haben sich auch relativ viele Kinder selbst als Glöckchen verkleidet, was immer sehr süß war und mich echt gefreut hat. Das esse und trinke ich in der Pause am liebsten aus unserer Wirtschaft, meistens einen netten Snickers oder eine süße Theatertüte, manchmal aber auch das berühmt-berüchtigte Tom-Motza-Brötchen. Das nervigste an meiner Schauspielertätigkeit, die grüne Farbe in den Ohren. Das liebe ich am Naturtheater Renningen. Es ist wie eine zweite Familie für mich. Es ist einfach toll, an diesen Ort zu kommen, der nichts mit dem normalen Alltag zu tun hat und Menschen zu treffen, die alle irgendwie auf die gleiche Weise in den Schuss haben. Der Zusammenhalt und die Menge an Liebe füreinander in diesem Verein machen mich einfach immer wieder sprachlos und ich bin unendlich froh, ein Teil davon sein zu dürfen. Impressum und Service Möchten Sie ein Theatererlebnis verschenken? Falls Sie ein besonderes Geschenk zu Weihnachten oder auch zu einem Geburtstag oder Ähnlichem suchen, beziehungsweise jemandem ein Theatererlebnis schenken wollen, haben Sie die Möglichkeit, einen Wertgutschein 15, 20, 25 oder 50 Euro für das Naturtheater Renningen zu verschenken. Mit diesem Wertgutschein kann die beschenkte Person dann online oder an der Tageskasse im Naturtheater eine oder mehrere Karten für unsere Inszenierungen kaufen. Der Betrag ist unter einem bestimmten Code gespeichert und kann auch auf das Familienstück und das Abendstück oder auf mehrere Saisons, kürtigkeit drei Jahre, aufgeteilt werden. Auf unserer Homepage beziehungsweise unter folgendem Link können Sie solch einen Gutschein bestellen. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Lesen und Zuhören und bis ganz bald, Ihr Naturtheater Renningen.